und damit ein wunderbares herzliches willkommen hier zurück in einer neuen folge von tramsen ja es gibt einen neuen dlc für tramsen im jenner also der wien variante von tramsen und wir sehen das ganze hier schon es handelt sich hier um eine neue straßenbahn in dem fall ist es der oder die e1 hier das gute stück mal von außen wir fahren ohne anhänger und ja wir sehen hier schon das ganze ist noch natürlich der vorläufer von dem e2 das heißt hier wird alles manuell eingestellt das zeige ich jetzt diesmal nicht sondern ich fahre einfach mal ein wenig bei regenwetter in wien so einmal den schreiben wir schon an denn wir sehen wir haben sau wetter einstellung ist frühling wir haben 9 46 um 9 50 geht das ganze dann los das heißt wir können einmal hier die stange aushängen und einmal aufstehen und in dem fahrzeug mal umsehen wie gesagt das älteste fahrzeug quasi was in wien unterwegs ist wie gesagt ein video wo ich das ganze mal aufrüst und so weiter mache ich da wo es sinn macht nämlich im betriebshof genau wie gesagt wir fahren die variante ohne anhänger einfach so um das mal zu zeigen gibt es natürlich auch mit anhänger und ja halt alles alt so wie es sein soll knapp 15 euro kostet der dlc und dieser wagen bringt tatsächlich eine so wie kriege ich jetzt die stange wieder dahin wo ist sie überhaupt ja das soll so bestimmt auch nicht sein jetzt habe ich die tür händisch aufgemacht das wollte ich so natürlich auch nicht egal wir fahren jetzt erstmal vor richtung prater hauptallee und wir hören schon hier ein schaltwerk ich kenne das so ein bisschen von den alten straßenbahnen die ich so kenne die hatten allerdings hier dann eher eine kurbel aber ich denke mal die mechanik war die gleiche wittelsbachstraße umsteigen zu 80 a das ist natürlich jetzt nicht richtig so wir müssen mal schauen denn diese bahn hat tatsächlich doch einige eigenschaften in den rollstuhl fahrer können wir es leider nicht mitnehmen der muss leider warten auf die nächste bahn die rollstühle mitnehmen können ich hoffe das ändert dann wie auch noch mal dass auch mal rollstuhl fahrer nicht nur am anfang einer enthalten stelle einsteigen dann irgendwo random aussteigen sondern dass das ganze natürlich dann auch mal so ist dass zwischendurch dann mal die sache gefragt ist rollstuhl fahrer ein und aussteigen zu lassen genau so wir gucken uns hier noch ein bisschen um im endeffekt wie gesagt ähnlich dem e2 das ist aber hier das ist quasi die ja die handbremse das fahrzeug hat wahrscheinlich werden wir es noch sehen also völlig andere fahreigenschaften das ist wirklich im vergleich zu den anderen fahrzeugen die es hier in tramsee in wien gibt eine größere herausforderung das fahrzeug zu fahren deswegen werdet ihr wahrscheinlich auch äh etliche dinge sehen die so nicht sein sollen und ja es ist einfach mal so ein first look von dem ganzen ich hätte ja gesagt immer so wenn es ein dlc gibt oder was neues bei tramsim will ich das dann halt auch einfach mal zeigen Was wir auf jeden fall wir müssen die ansage einmal zurücknehmen weil löwengasse wäre jetzt die nächste das wäre ja so nicht richtig Wittelsbachstraße umsteigen zu 80 a Genau also irgendwas ist da auch passiert ich bin mir nicht so ganz sicher ob das wirklich so sein soll Weil auch in tramsee münchen ist das so dass immer eine haltestelle vorher eingestellt ist als eigentlich sein sollte da muss man auch Manuell ein bisschen nachjustieren geht da mit dem ibis ein bisschen einfacher wie hier ich glaube aber hier passt das jetzt auch So wir müssen glaube ich in einer halben minute da sein Also fahren wir schon mal los Gucken Wittelsbachstraße umsteigen zu 80 a Okay wir sind glaube ich zum früh los gefahren Aber ist jetzt so Ich habe gerade festgestellt dass ich die klingeln noch gar nicht konfiguriert habe So Also Also Sieht zwar erst mal nicht so aus aber das fahrzeug ist doch recht Recht Anders zu fahren also da merkt man wirklichen unterschied Der bremsweg ist definitiv länger Das ist auch hier wie beim e2 Muss ich die Hier stimmt auch noch nicht was mit der ankel Ja schon mal den fußgänger einfach überfahren mit der apfelschaltung Löwengasse umsteigen zu 4 a So Ja also Möglichkeitspunkte bekommen wir gerade nicht wie wir sehen ist aber jetzt aber auch nicht so schlimm Ja Also hier muss auch noch ein bisschen nachgearbeitet werden wobei ich habe das Schon gesehen hier tut sich tatsächlich schreckenweise was So wir warten jetzt hier einfach mal Genau Hetzgasse wäre die nächste Kann sein dass das doch jetzt stimmt dass ich erst bei null losfahren muss Und wir haben jetzt eh gerade hier ein Haltesignal deswegen lassen wir die Türen einfach mal offen Bei diesem Regenwetter hier Das ist eigentlich ganz gut umgesetzt finde ich also da kann man nicht meckern Aber so mit dem KI Verkehr Da müssen sie noch mal ran Gut dann machen wir das ganze jetzt Dicht und fahren schon mal ein Stück weit vor Ich weiß nicht ob das im realen Leben auch so ist dass man diesen Blinker halt überhaupt nicht hört Normalerweise klackt da ja immer so ein Relais nochmal Hetzgasse Hetzgasse Da ich ja etwas arg zu früh bin kann ich mir das ja auch Ja schön bolster mitgenommen Jetzt bin ich ja erstmal dran hier Ein bisschen langsamer zu fahren aber das wird sich nach hinten raus natürlich dann irgendwann bemerkbar machen So nicht vergessen gleich muss ich die Tür selber wieder zu machen Hier vorne Na komm ich lasse ich noch rein So mal gucken ich denke mal dass ich da irgendwo eine Strecke finde wo ich euch da mal das andere zeigen kann Denn wie ich leidvoll erfahren musste Und dieses Fahrzeug ja wie gesagt ist nicht Muss man vorsichtig fahren denn es gibt halt die Möglichkeit zu Zu viel Last zu bringen sodass quasi der Schalter ausspringt der Hauptschalter Und dann fährt das Fahrzeug nicht mehr Ja bisher sieht das alles noch gut aus Mal gucken ob das so bleibt Auf jeden Fall also das Regenwetter ist auf jeden Fall sehr gut hinbekommen So Ah jetzt Können wir schon nicht mehr weiter fahren Das heißt ja Wir machen trotzdem die Vorderbetür schon mal zu und warten Am Ende des Tages werden wir garantiert wieder Verspätung haben Ich denke mal wenn wir da an der geraden Strecke da in der Nähe des Flusses sind können wir da Können wir da mal das austesten ob das dann funktioniert Denn dieser gute Hauptschalter hier hat was damit zu tun Na ja hier könnt ihr alle noch reinkommen Noch ist die Freigabe ja drin äh nicht draußen So jetzt aber So jetzt aber Freigabe raus Irgendwo ist noch eine Tür offen So jetzt aber Ich kann mal Blinker nach links setzen Hintere Zoll am Straße Umsteigen zu In Richtung Traxstraße so genau fahr weiter kann ich noch mal anhalten das ist sehr gut noch passt das vom zeitplan her so wie bei allen anderen fahrzeugen gilt natürlich auch hier gibt es scheinbar eine automatische haltestellenbremse das ist in münchen ja anders da müssen wir die dann immer manuell betätigen also oder wir lassen halt den soll wertgeber halt auf bremstellung das geht natürlich alternativ auch außer man möchte natürlich dann in münchen den rollstuhlfahrer einsteigen lassen dann müssen wir die haltestellenbremse betätigen weil sonst so dass alles nicht für mich das andere sehe ich jetzt natürlich nicht aber das wird sich ja anhand der ampel gleich ergeben die freigabe schon mal raus die türen sind alle zu das sieht auch nicht so aus ob da noch jemand kommt und wir können uns ja an der normalen ampel orientieren um steigen zu 2 ob da haben sie noch ein paar grafik bugs eingeschlichen das meinte ich das hat jetzt sehr lange gebraucht bis zum stehen habe ich die geschwindigkeit etwas etwas unterschätzt na und ich bin habe auch den soll wertgeber hat vielleicht jetzt nicht sehen können komplett nach hinten gezogen das bringt halt nichts vielleicht kann man da noch ein bisschen mit sand oder so arbeiten schätze ich mal aber da bin ich halt wie gesagt für alle die die man anderen episoden nicht gesehen habe ich bin jetzt nicht der profi straßenbahnfahrer ich mache das mehr so ich mag straßenbahn aber das ist für mich halt generell immer ein hobby aber ich versuche natürlich so viel wie möglich anzueignen so hier können wir das mal probieren schwebenplatz umsteigen zu 2 2 so diesmal ein bisschen vorsichtiger das ganze ja ich wollte eigentlich tatsächlich also wenn man hier zu schnell zu viel vollgas gibt und halt richtig strom für den motor benötigt wird dann kann ich wie gesagt sein dass der hauptschalter mal rausfliegt mal gucken ob es noch mal passiert irgendwann zeitstorbrücke umsteigen zu 2a flughafenbus bitte seien sie achtsam andere brauchen ihren sitzplatz vielleicht notwendig ja passt ist aber eben nicht mit offener tür gefahren ist überhaupt jemand eingestiegen das gar nicht erstmal händisch zu was auch gefixt worden ist wie man sieht dass sie nicht mehr so durch die gegend hüpfen in den alten videos habe das ja immer gesehen dass die alle was im rückspiegel war hüpfte so durch die gegend das haben sie mittlerweile auch gefixt ich habe mittlerweile das gefühl auch die performance ist hier ist hier richtig richtig gut dass da echt im hintergrund einer menge gearbeitet wird und das für langsam mit der neuen android version zurechtkommt wenn wir gespannt was da oben ein blinker ist noch an warum ist mein blinker an wir probieren es jetzt noch mal na jetzt sind die leder durchgerutscht schottenring umsteigend zu u2 u4 31 3a konnte ich in meinem probespiel besser reproduzieren tatsächlich also hat das mehrfach hintereinander geklappt aber ja vielleicht ist das halt einfach vielleicht lag es an der wagen nummer oder sowas dass da andere versionen von dem e1 gibt es in verschiedenen ausführungen dann nochmal das ist dann von der wagen nummer die man angibt abhängig anfälliger als als der jetzt hier ich weiß es nicht ich bin glaube ich die ganze zeit zu früh fahr ich weg nach ich warte jetzt mal hier ab und fahrt dann los und gucken ob ich dann wieder pünktlichkeitspunkte bekomme ich meine die tsp punkte also die trams sind punkte die man sich hier spielen kann ist ja entgegen der eigentlichen ankündigung dass die ja dann dass man sich sachen freischalten kann haben sich ja dann doch dagegen entschieden also soweit ich weiß war zum beispiel der e2 dann mal geplant dass man den damit freischalten kann aber bisher ist es halt nichts weiter als war sich ein level anzuschauen was man halt schon gefahren ist aber weiterer wert hat es halt einfach noch nicht vielleicht lässt sich ja da noch irgendwas einfallen so jetzt aber jetzt wirklichkeitspunkte bekommen nicht mal ansatzweise das ist ja spannend ja es ist halt immer die frage das kriege ich irgendwie nicht so auf dem schirm muss ich jetzt schon an der börse sein um die zeit weil dann wäre ich natürlich jetzt viel zu spät das muss ich irgendwie auch noch mal herausfinden das ist irgendwie noch nicht so ganz klar aber eigentlich kommt ja ich glaube ich hätte schon zwischenzeitlich fahren können na egal dass man unterwegs dann sieht wie weit man dann zu spät ist oder zu früh aber das ganze ist ja auch kein tutorial von daher ja vielleicht hat es ja irgendeiner im internet oder in anderen videos mal beschrieben wie das ganze dann funktioniert dann einmal herum börse umsteigen zu ja genau in richtung lust 40a jetzt sehe ich wie viel zeit ich noch habe um da anzukommen das ist hier halt immer sehr lange zeit wahrscheinlich auch schon eingeplant die ampel da eben und so weiter und jetzt auch hier die diverse haltung weichen störung habe ich übrigens an das heißt ich muss auch immer noch mal darauf achten ob mir die weiche für mich richtig gestellte ist mittlerweile mittlerweile ist es nämlich so dass man die strecke natürlich dann auch kennt und das beurteilen kann so wir warten jetzt einfach mal obwohl jetzt könnte man abfahren da ist noch irgendwo eine tür auf jetzt können wir eh nicht mehr fahren so jetzt müssten wir eigentlich wenn wir dann auch gleich im plusbereich sind richtung schottentor müsste ja vom prinzip her boom ja also die auto ki müssen sie auch noch mal ran da hilft alles nichts müsste ich ja eigentlich jetzt glücklichkeitspunkte bekommen zwar nicht mehr die vollen aber aber selbst wenn man ein ticken zu früh abfährt reicht das in der regel eigentlich noch um paar punkte zu bekommen naja aber schauen wir mal ich will ja wirklich zugute halten dass es ein kleines unternehmen ist und ja so ein paar baustellen werden ja tatsächlich angegangen jetzt haben sie erstmal nichts weiter angekündigt an dlc das heißt es geht wahrscheinlich wieder um fehlerausbesserung und so weiter map verbesserungen das werden wir am stefan farlinger platz sehen da hat sich nämlich ein bisschen was getan ich schätze einfach mal das ist ein bug schottentor umsteigen zu gut 2 37 38 wir fahren natürlich trotzdem weiter 42 43 44 1a ich glaube auch dass der e1 auch in dem ki verkehr noch gar nicht integriert und wie gesagt mit dem aufrüsten da mache ich mal ein video jetzt nicht unbedingt jetzt heute oder zeitnah aber irgendwann halt wenn ein bisschen mehr zeit da ist ich habe einen neuen job angetreten der mich doch ein bisschen auch einnimmt und ja die meisten werden es wissen gibt ganz viele x4 videos das spiele ich zurzeit ganz gerne aber habe ja gesagt wenn tram sim was neues bringt will ich da auf jeden fall auch immer das quasi mit einem video dokumentieren aber wir sehen ja anhand der zeiten dass wir halbwegs im fahrplan sind von daher alles gut und 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 Rathausplatz, Burgtheater. Ja, bin hier mal gespannt, was ViewApp so am nächsten Content-Plan für Tramsin, sowohl München als auch Vienna, oder ob sogar schon eine weitere Stadt in Arbeit ist. Parlament, umsteigen zu 2 in Richtung Dornbach. Das ist ein, was wir sehen, was wir sehen, was wir sehen, was wir sehen. Jetzt kommen wir gleich. Das kann natürlich sein, deswegen werde ich das bei dem anderen Video umsteigen zu U3, 46, 49, 48a werde ich dann den E1 mit, oh das ist ein bisschen, ein bisschen arg heftig um die Kurve, werde ich bei dem anderen Video definitiv mit Anhänger fahren, weil mir fällt nämlich gerade ein, dass ich das Problem mit den Überlastautomaten mit der Anhängerversion hatte und da ist natürlich nochmal ordentliches an Gewicht dabei, wenn ich da dann Vollgas gebe, dass dann der Motor dann damit nicht zurechtkommt und einfach zu viel Strom zieht. Das meinte ich, das habe ich jetzt vollkommen, vollkommen wieder unterschätzt, aber ja gut, ja da bin ich eindeutig Und jetzt das Ganze noch mit Anhänger ist natürlich dann nochmal eine ganz andere Option, aber ja, das mache ich dann in dem Video vielleicht nächstes Wochenende oder so mache ich dann mit Anhänger und fahren dann vom Betriebshof mal los, das heißt inklusive Aufrüsten und fahren dann mal ein Szenario Oh ja, das habe ich auch wieder unterschätzt, aber diesmal nicht ganz so krass Ich glaube, wenn man zu schnell zu viel abbremst, ist es auch nicht gut, muss das dann eher halt dann so schrittweise machen Ja komm, dann fahren wir jetzt noch rüber Obwohl, ich bin eigentlich, ja, mir geht zu früh, egal Also definitiv, das merke ich ja auch gerade selber Oh, Karlsplatz, umsteigend zu Ohne Anhänger ist definitiv die E1 einfache zu fahren Wird wahrscheinlich aber mit dem E2 ganz genauso sein 59a, Badener Bahn nach Baden Ohne Anhänger 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 so hier ist die ampel auch völlig festgestellt kann ich jetzt hier die ampel sei schon die weiche ich glaube die muss ich jetzt manuell stellen da ist glaube ich schon zu spät da habe ich ein bisschen gepennt weil ich muss ja nach rechts nein jetzt stimmt es haben wir das auch mal gesehen genau das erwarte ich halt da ist die stange das ist halt genau das was ich von dem simulator dann erwarte dem ich dann auch zu solchen aufgaben zwingt darauf zu achten ob die weiche richtig gestellt ist so die ist richtig gestellt was wir jetzt noch nicht hatten war eine signalstörung die gibt es natürlich auch das ist dann meist darauf bezogen dass eine ampel nicht funktioniert sondern signal dass man dann selbstständig gucken muss wie man dann damit umgeht genau aber das szenario eben mit der hätte ich wahrscheinlich wirklich rechtzeitig hier selber einstellen können habs verpennt das ist ja ähnlich wie münchen da gibt es einen gewissen gewissen zeitraum wo man das selbst stellen kann und sobald dann das x da ist war sie dann kann man es nicht mehr umstellen mit der also nicht mehr elektronisch sondern muss man es händisch machen und den zeitpunkt habe ich eben auch halt verpasst deswegen muss ich jetzt händisch machen aber wie häufig mit der straßenbahn fährt hat das jährlich öfter schon mal gesehen dass ein fahrer mal aussteigen muss um die weiche manuell zu stellen hier merkt man auch ein bisschen abschüssig also das ist schon na ja es passt aber noch das ist definitiv etwas schwerer zu fahren als alle anderen bahn ja ich denke mal bei den moderneren bahn ist halt auch viel mehr hilfstechnik mit dabei die den fahrer dann so mehr unterstützt bei verschiedenen sachen aber das ding fährt sich hier echt ich sag mal klob ich das ist jetzt nicht abwerten gemeint sondern das mache ich durchaus vorteilhaft da muss man halt ein bisschen umsichtiger fahren sage ich jetzt einfach mal ich denke mal bisher ist es mir bis auf wenige ausnahmen ganz gut gelungen ich will aber auch zugeben was die erste mal mit gefahren bin halt oft kämmen und so weiter ich habe das ganze ja alles schon mal ein bisschen wie schon erwähnt mal ein bisschen gespielt also war das echte umstellung zu den bisherigen fahrzeugen oder der hat er jetzt nicht gezielt das kollision das ist auch so in meinem kompletten profil das ist sowohl jetzt hier in wien als auch jetzt weiß ich warum ich immer den blinker benutzen weil das ist eine andere tasten belegung bei bei münchen und da ist es dann halt die vordere tür öffnen oder war das da ich weiß gar nicht das weiß ich immer erst dann wenn ich direkt spiele aber die tasten kombinationen sind etwas unterschiedlich da muss ich mich immer dran gewöhnen wenn ich zwischen beiden spielen wechseln so da ist für den fußgänger gleich schluss das heißt wir können hier auch zu machen schon mal denn wir werden gleich fahren dürfen so sieht es aus das hat jetzt ein bisschen was an verspätung gekostet aber paula nagasso das war das jetzt das sollte sich glaube ich nicht so anhören genau das jetzt drücke ich auch immer hier den rechten blinker das ist in münchen ist das die haltestellenbremse weil die muss ich daher da also die betätige ich dann einfach immer und deswegen rutscht mir das jetzt automatisch immer raus dass ich da jetzt drauf drücke jetzt ist der schalter raus geflogen weil ich habe nämlich versucht los zu fahren obwohl na genau das hätte ich vorher machen müssen so zählt das jetzt noch ich glaube schon wieder fahr ich trotzdem wohl eigentlich rot schon für mich ist so wie ihr seht mich da genau ich habe das dort immer gesehen fahrfehler von mir ganz klar und zwar ist da dann auch da der hauptschalter raus weil ich noch mit türfreigabe quasi losfahren wollte das gleiche passiert übrigens für die tür hier vorne noch auf ist oder generell eine tür auf ist dann springt er aus sicherheitsgründen natürlich raus bin dann aber auch nach hinten gerollt ich glaube ja bei der hilfe könnte ich mir das jetzt angucken dann sagt er mir das auch noch mal aber das weiß ich ja ja das ist definitiv ein soundbuck also der sollte so nicht sein aber hat auch glaube ich gesehen dass der da ein bisschen rumgezittert hat da war ich anscheinend zwischen so zwei grenzwerten so und hier wird es jetzt stehen ab und zu können weichen stürmen auf so nachdem das ist das von eben okay das ist das von eben das das hatte ich ja selbstständig schon erkannt also noch mal zusammengefasst das ding kann halt raus fliegen so nicht das jetzt mal wenn wir halt mit türfreigabe oder öffneter tür los wollen oder aber wenn wir halt zu viel gas geben ja kann ich hier wie gesagt ich reproduzieren weil es halt kein anhänger haben straußgasse aber mit noch im anhänger hinten dran ist das reproduzierbar auf jeden fall so ist ja auch nicht mehr weit wir haben immer gesehen haben als ich dann den hauptschalter dann wieder rein machen wollte also muss den quasi einmal raus und wieder rein klinken das ist ja wie beim aufrüsten auch beim e2 ja so ja habe ich halt nicht drauf geachtet vielleicht hätte ich sogar die bremse hier ziehen müssen weil der dann quasi aus dem schwul nicht ob die bremse funktioniert auch so auch wenn der hauptschalter draußen ist auch für uns ja dann mal ab in den untergrund bitte seien sie achtsam andere brauchen ihren sitzplatz vielleicht notwendiger das habe ich jetzt gemacht ich wollte eigentlich den scheibenwischer ausstellen aber gut kann ich das ja alles mal zeigen doch jetzt gibt da wieder gas keine ahnung was jetzt hier gerade das klang halt auch dass irgendwas rausgesprungen ist aber es weiß wohl irgendwas anderes erfährt auf jeden fall wieder ja also soundtechnisch muss hier noch was passieren so so rum genau ich muss ja mit shift i also i ist der scheibenwischer und shift i ist eine stufe zurück weil die brauchen wir hier unten ja nicht genau haben wir das auch ja ein bisschen verspätung aber es geht eigentlich alles noch muss ich sagen so will ich ja noch jemand rein wenn nicht dann tue zu und abfahren also mit raus geschwungen hauptschalter könnte ich jetzt überhaupt kein gas mehr geben und man hat es ja eben gesehen an der paulana gasse dass ich dann sogar rückwärts gerollt bin kliebergasse umsteigen zu in richtung schlachthausgasse man darf auch nicht vergessen dadurch dass jetzt hier gar keinen anhänger dabei habt klappt das mit dem beschleunigen und bremsen halt perfekt also das ist auch der bremsweg verlängert sich natürlich mit dem anhänger hinten dran also da muss man noch konzentrierter sein da muss man noch konzentrierter sein dann auch rechtzeitig abzubremsen aber auch blöd dass ich die stange nur okay dass ich die stange auch nur hochnehmen kann wenn ich eigentlich noch davor stehe und dann quasi muss ich dann unter durch krabbeln oder wie ach ja wurscht matzleinsdorfer platz umsteigen zu 6 18 in richtung burglasse stadthammel 62 in richtung leins 14a badener bahn nach baden wir haben ja aber in dem tunnel auch noch was gemacht beleuchtungstechnisch kann aber auch an der neuen engine liegen dass dann auch andere lichttechnik dahinter steckt so hier muss ich immer mal gucken aber die weise ist richtig gestellt da ist aber noch eine tür offen ja da geht sie schon zu knöllgasse umsteigen zu sechs in richtung geier-eck-straße so haben wir es ja bald geschafft wie gesagt pünktlichkeit das passt sogar alles noch ich finde auch die haben den frühling relativ gut umgesetzt vielleicht in ein oder anderen blütenbaum zwischendurch anbauen das wäre natürlich noch mal super um das absolute frühlingsfeeling zu haben so weiche stimmt von hier wäre es natürlich auch so wenn ich hier nicht aufpassen und jetzt hier den hauptschalter wieder einmal ausstellen müsste dann würde ich hier auch nach hinten rollen habe ich da nicht aufpassen ich muss mal so halten dass ich auch mein eigenes signal immer mal sehr mal ein bisschen vor Davidgasse umsteigend zu 7a so am berg hilft mir natürlich der berg jetzt allein schon beim langsamer werden ja wie gesagt performance technisch merkt man glaube ich also sind längst nicht mehr so viele nachlade ruckler wie noch in älteren version ich hatte ja wo der kai verkehr ja eingeführt worden ist also der straßenbahnverkehr hat ja so ein bisschen befürchtung weil es da doch teilweise sehr sehr ruckelig wurde dass es da schwierigkeiten geben könnte aber da haben wir anscheinend mittlerweile gut nachgearbeitet haben wir sowieso gesagt dass dann immer so ein bisschen meine tür vorne ist noch offen das ist das problem toststraße johu das war knapp ich glaube auch dass die absichtlich so eingebaut sind dass man hier ein bisschen aufpassen muss ja k k k k k k Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020